Herzlich Willkommen an unserem Weihnachtsmorgen. Ich war gerade dabei unser Video für heute hochzuladen und der Hakan dann schaut mal, bereitet gerade unser Frühstück vor, weil wir ja heute viel vorhaben. Wir müssen nämlich noch ein paar Sachen erledigen, bevor es ans Geschenke auspacken geht. Also Leute, wir haben jetzt gefrühstückt und ich habe nur schnell die ganze Wohnung aufgeräumt und bin jetzt gerade am Klamotten raussuchen bzw. am Packen, weil wir heute ja Weihnachten bei Hakan's Eltern verbringen werden. Das heißt, sie werden heute Abend nicht zu Hause sein und die Mama braucht meine Hilfe und wir wollten davor auch noch ins Training gehen und deswegen dachten wir uns, kommen wir erst gar nicht wieder nach Hause. Wir packen jetzt alle unsere Sachen, gehen ins Training und gehen direkt dann zu den Eltern. Dann helfen wir dort und erst dann machen wir uns fertig. Ich habe mir jetzt mal ein paar Sachen rausgelegt, also meinen Schmuck, dann kann ich mich noch nicht entscheiden, deswegen nehme ich zwei Hosen mit, das Oberteil und ich schaue jetzt einfach eben noch, was ich für Schmuck mitnehmen könnte, den ich dann am Abend anziehen werde. So Leute, ich bin schon fertig und warte auf den Hakan. Schaut mal, ich musste jetzt alle Geschenke einpacken, in Tüten und mitnehmen. Alles voller Geschenke. Okay, hier haben wir SingStar, das werden wir nämlich später spielen, also bleibt dran, das wird nämlich ziemlich witzig und der Rest ist voller Geschenke. Das habe ich gestern alles gleich eingepackt und es kommt heute dann unter einen Weihnachtsbaum. Leute, ich bin jetzt fix und fertig. Das war jetzt meine letzte Übung. So, wir sind jetzt endlich angekommen. Schaut mal, hier stehen auch schon alle Geschenke bereit. Unsere Geschenke sind hier und jetzt müssen wir uns nur noch herrichten, alles andere herrichten. Danach geht es aber an die Geschenke. Schaut mal, wir arbeiten schon auf Hochtouren. Alle sind am Schnüppeln. Heute gibt es Raclette und dafür brauchen wir jetzt ganz viel Gemüse. Mille hat sie auch schon an die Arbeit gemacht, weil wir müssen uns nicht nachkommen. So, und wie jedes Jahr tue ich wieder mal den Tisch dekorieren. Du musst jetzt schauen, was ich hier zusammenbasteln kann. Kann ich mitmachen? Ja, kannst du. Also hier ist schon mal das ganze Deko-Zeug. Jetzt müssen wir halt nur schauen, wie wir das zurechtlegen. Warte. Das ist ja schön durchsichtig. Habt ihr noch Weihnachtskugeln übrig? Nee, deswegen hab ich die Kleine hingekauft. Kira hat viele weggebissen. Kira? Ja, Kira. Ja, Kira. Jetzt zappen mal wieder. Zappen. Nee, einfach so ein bisschen. Abi. So, der Tisch ist jetzt auch fertig gedeckt. Jetzt muss ich mich nur noch selber fertig machen. Schaut mal, wie ich auch schaue. Ich glaube, immer noch einen Jogginganzug umeinander. Mille und Robert, seid ihr schon fertig? Wir warten. Also, ich mach mich jetzt mal ab an die Arbeit. So, Leute. Also, der Gian macht gerade hier Bilder von sich selber. Oh, das war gerade eine ganz tiefe Nahaufnahme, Gian. Und die Ilkay. Die Ilkay ist hier. Hallo. Die macht sich hier fertig. Der Robert ist unten, spielt mit der Mille. Hey, was spielen die? Die spielen SingStar, gell? Ich weiß es nicht. Ich war noch gar nicht unten seitdem. Ich muss mich jetzt fertig machen. Also, meine Lieben, ich bin jetzt endlich fertig. Es hat jetzt ein Weilchen gedauert. Jetzt sind Harkon und Mille. Nicht so nah ans Mikrofon, okay? Die spielen gerade SingStar. Darin, Darin, Darin. Und turn the lights back on now. Aren't we watching? Was? Is it crazy? Jetzt soll ich das gleich wegwerfen? Ja, ja. Ja, ja, ja. Die waren noch nie. Die sind los. Die sind los. Die sind bei Eingang. Die hat die Linie ab. Ich hab hier eins. Und dann noch eins, wie ich an. Und dann ist es noch. Wir machen eine, nämlich das. Das muss ich da machen. Milet, pass auf die Hade auf. Das muss ich da machen. Milet, bist du bereit zum Essen? Ich hab Hunger. Du hast Hunger. Also bei uns gibt's Raclette. Mh, lecker. Geh, lecker, Milet. Also das Fleisch spritzelt hier sehr langsam vor sich hin. Niemand von uns hat mehr Geduld. Was isst du? Mozzarella. Ich esse Salat mit Brot. Aber meinst ist bald fertig. Das ist Käse überpacken. Ja, das ist mein Spänken. So, meine Pfanne ist... Nach 3 Stunden und 45 Minuten ist endlich die zweite Pfanne fertig. Mal sehen. Oh, lecker. Oh, toll. Dein Käse ist ja zu krass verschmolzen. Meinen sieht man wenigstens noch. Mh, so lecker. Ne? Schaut mal, hier schaut's richtig lecker aus. Schaut mal, das ist meins. Alles Kupfer. So, die Herren der Schöpfung räumen natürlich den Tisch ab, so wie es uns gehört. Das machst du aber schön. Schau mal Mamas Teller an. Mama, ess das auf. Mama, komm sofort her. Nein, so nicht. So echt nicht. Das ist Milets Teller. Ja, Milets Teller. Stay gentle, get it real. Wer ist rot, wer ist blau? So meine Lieben, also bald folgt die Bescherung und das heißt, ich beende jetzt dieses Video, weil die Bescherung werdet ihr am Donnerstag sehen, also seid gespannt und einfach nur fleißig einschalten. Wir hoffen, unser Weihnachtsfest hat euch gefallen und ihr lasst uns ein paar Daumen da für unsere ganzen Vorbereitungen und die Bescherung gibt es im nächsten Video, oder? Genau, habe ich ja schon gesagt, also wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!